Es ist Krieg in der Ukraine. Täglich höre ich im Radio, was passiert, wie viele Menschen sterben, wie sie kämpfen, wie sie alles verlieren und flüchten müssen. Das Leid hat eine grosse Welle der Solidarität bewirkt. In meinem Umfeld haben gerade mehrere Personen und Organisationen einen Lastwagen organisiert, Hilfsgüter gesammelt und diese ins Land, in die Ukraine gebracht. Wir wissen zwar, dass solche Hilfslieferungen immer nur einen kleinen Teil der Not lindern können. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, das, was wir tun können, auch wirklich zu tun. Zwei von meinen erwachsenen Geschwistern haben jeweils eine Familie bei sich aufgenommen und sind bereit, ihren Wohnraum, ihr Leben mit anderen zu teilen. Und so auch ganz viele andere Menschen. Als gläubiger Mensch ist es für mich auch klar, dass ich bete für diese Kriegssituation. Aber das fällt mir nicht leicht. Besonders eine Art von Gebet finde ich schwierig, wo wir zum Beten für die Feinden aufgefordert werden. In der Bibel heisst es sogar, betet für die, die euch verfolgen. Segnet eure Feinde. Wie bitte? Feinde segnen? Soll ich wirklich für einen russischen Machthaber beten und sagen, Gott segnet er Wladimir Putin? Also das geht doch irgendwie nicht. Ich will doch nicht, dass Gott dem Mann Gutes tut. Dass es ihm schlecht gehen soll. Er soll erkennen, was er tut. Er soll ihn strafen. Oder ich weiss doch auch nicht was. Aber segnen? Ich will doch nicht, dass Gott den Autofahrer segnet, den man einmal so ganz frech den Vortritt genommen hat. Oder dass Gott die Frau segnet, die im Quartier immer wegen allem meckert und sich beschwert. Trotzdem mache ich es. Trotzdem bete ich manchmal, guten Gott, segnet er Wladimir Putin. Und manchmal bete ich, guten Gott, segnet auch den Dubel, den man vorhin gerade den Vortritt genommen hat. Oder segnet auch die Frau, die die Atmosphäre in unserem Quartier vergiften will. Ich bete so, auch wie meine Gefühle nicht zustimmen. Ich bitte Gott um ein Sagen für meine Feinde im Vertrauen, dass es Gott schon irgendwie gut oder gerecht macht. Und noch etwas hilft mir fest dabei. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihnen bleiben. Wenn aber nicht, wird der Friede zu euch zurückkehren. Oh, das gefällt mir. Ich verstehe das so. Wenn ich für jemanden bete, den ich nicht gerne habe, die eine Art wie mein Feind ist, dann kann es sein, dass dieser jemand gar nichts mit Gott zu tun hat. Und den Sagen den Frieden ablehnt, den ich für ihn erbitte. Und dann kommt der Frieden, den ich ausgesprochen habe, weit zu mir zurück. Ich glaube das. Und ich merke, dass es irgendwie passiert. Wenn ich für jemanden bete, den ich schwierig finde, bewahrt das mein Herz davon, zornig und bitter zu werden. Der Frieden, den ich anderen wünsche, kommt auch zu mir zurück.